Da machen wir uns nichts vor, meine Damen, meine Herren. Die ersten neun Monate des Jahres 2020 waren für die Volkswirtschaften Corona-bedingt rund um den Globus eine echte Katastrophe. Das Bruttoinlandsprodukt ist zumeist zweistellig eingebrochen, die Arbeitslosigkeit im Gegenzug deutlich gestiegen. Doch mit viel Geld haben die Notenbanken und Regierungen bisher das Schlimmste verhindern können und so haben viele, viele Börsen rund um die Welt fast schon vor Krisenniveau erreicht. Manche liegen sogar schon wieder auf Allzeithochs. Wir wollen in den kommenden 45 Minuten speziell über Aktien, Anleihen und Edelmetalle sprechen. Im Einzelnen haben wir vor, die eine oder andere neue Idee zu präsentieren, und zwar mit Christian Bender. Er ist Senior Portfolio Manager bei der Signal Iduna Asset Management. Schönen guten Tag, Herr Bender. Guten Tag, Herr Franek. Schön, dass ich dabei sein darf. Guten Tag, guten Tag, Herr Herrn. Ja, dann haben wir Denitri Speck, Experte für Edelmetalle, Autor von der Season Next GmbH. Auch für Sie einen schönen guten Tag, Herr Speck. Ihnen lieben Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuseher. Und last not least Heiko Feit, der ist Portfolio Manager bei der Steinhardt- und Stahlvermögensverwaltung GmbH. Auch an Sie einen schönen guten Tag. Ja, hallo, Herr Franek. Vielen Dank für die Einladung. Dann haben wir Sie schon alle mal gesehen, haben den Ton gleich gehört. Also alles passt wunderbar. Und dann können wir direkt reingehen in diese Diskussion. Und ich würde gerne mit Ihnen, Herr Speck, anfangen mit Blick auf die fast wiedererreichten Allzeithofs von DAX, Dow und Co. Trotz dieser Jahrhundertrezession, die wir aktuell sehen, haben wir diese Börsenstände. Und viele reden angesichts dieser Tatsache von einer verrückten Börse. Aber sind die Märkte angesichts dieser Billionen Summen, die in diesem Jahr gedruckt wurden, nicht einfach nur rational? Wir sind rational in dem Sinne, dass Sie natürlich auf die hohen Beträge, die geschöpft wurden, reagieren mit steigenden Kursen. Nichtsdestoweniger sehe ich hier eine Zyklenwende. Wir haben seit der Finanzkrise 2008 fallende Renditen gesehen mit dementsprechenden steigenden Assetpreisen. Und wir gehen jetzt immer mehr in die Fiskalpolitik, in eine zunehmende Überschuldung, gerade in den USA und Geldmengenausweitung. Und ich sehe hier eine Trendwende weg von im Aktienmarkt, den Momentum und den Technologiewerten, hin eher zu den Rohstoffwerten und auch zu den Valuewerten. Und ich denke, wir haben hier einfach den letzten Schub an Übertreibung gesehen, der bisherigen Phase, die 2008 begann. Über Rohstoffe werden wir ausführlicher reden, vor allen Dingen natürlich über Edelmetalle, war ja auch so angekündigt, Herr Speck. Zunächst jetzt zu Ihnen, Herr Veith, Sie bezeichnen sich selbst als Mikroman mit Makro-Bild. Wie sehen Sie, wie zeichnen Sie aktuell das Makro-Bild? Ja, ich denke, was Herr Speck gesagt hat, es ist schon richtig, wir haben einen wahnsinnigen Einbruch gehabt. Aber wenn man aktuell das Bild sieht, am aktuellen Rand, sind die Zahlen, die jetzt die Unternehmen liefern, gar nicht so schlecht. Eher am oberen Rand von dem, was man von diesen reduzierten Erwartungshaltungen erwartet hat bislang. Ich denke, das ist in erster Linie den massiven Unterstützungsmaßnahmen, fiskalischen Maßnahmen geschuldet. Und für den Augenblick haben die ihren Zweck erreicht. Über die langfristigen Auswirkungen wird man sicherlich noch diskutieren. Aber für den Augenblick ist eigentlich die Lage insgesamt bei den Unternehmen vergleichsweise Resilienz. Das ist wahrscheinlich auch ein Ausfluss dessen, dass China sich relativ schnell erholt hat. Aber auch die hießigen Zahlen sind jetzt nicht schlechter, als man davon ausgegangen ist, von den reduzierten Erwartungen im Juni. Und innerhalb der Sektoren muss man sagen, es hat diese These von der Corona als Brandbeschleuniger unterliegenden Trends. Und das tritt sicherlich so zu Tage, können wir auch später nochmal im Detail drauf eingehen. In der Tat, Trends, Megatrends, das nächste große Ding, das wollen wir von Ihnen dann hören, Herr Veit. Jetzt aber jetzt zunächst zu Herrn Bender, denn wir müssen festhalten, Aktien sind fast wieder auf dem Vorkrisenniveau. Gold ist auf Allzeithoch, ob jetzt in Euro oder Dollar gerechnet in diesem Sommer zumindest. Herr Bender und die Notenbanken, die haben sich für die dauerhafte Null entschieden. Und wir haben sogar faktisch eine Garantie der US-Notenbank FED gehört vor wenigen Wochen, nämlich bis zum Jahr 2023. Bis Ende 2023 will man die Zinsen überhaupt nicht annehmen, also eine Art Nullzinsgarantie. Macht das Ihren Job jetzt zum spannendsten Job der Welt, Herr Bender, oder zum langweiligsten? Das ist eher spannender geworden als langweiliger. Warum ist das so? Sie haben ja schon einleitend die wichtigste Notenbank genannt. Die FED hat vor einigen Wochen in Jackson Hole ihre Strategie irgendwie auch der breiten Masse mitgeteilt. Damit hat sie sich auch aus dem US-Wahlkampf verabschiedet. Das finde ich sehr gut, wie Sie es gemacht haben. Und jetzt haben wir das Problem der nicht vorhandenen Zinsen weltweit in den großen Industrienationen. Warum macht es meinen Job spannender? Das ist ganz einfach. Zwei Komponenten sind deutlich geschmälert worden. Das eine ist die Carry-Komponente. Und das andere ist die Art und Weise, wie man Rentenportfolien in der Vergangenheit managen konnte mit Buy and Hold. Ich glaube nicht, dass das die Strategie für jetzt und in der Zukunft ist, sondern man muss sehr, sehr aktiv Rentenportfolien managen, egal ob Staatsanleihen, global oder Credit. Und darum wird es gehen. Und deswegen ist es von meiner Empfindung her eher eine sehr spannende Zeit, weil halt auch die Garanten von Carry und Income, Riding Downs, Yield Curve deutlich geschmälert wurden. Dann gehen wir nach dieser kurzen Hoffnungsrunde direkt in die Tiefe rein, meine Herren. Herr Speck, Gold wirft keine Zinsen ab, um mal dieses Thema aufzugreifen und sollte daher nicht ins Portfolio, sagt lange Zeit die Kritiker. Jetzt gibt es keine Zinsen mehr. Ist das mit auch ein Grund, warum der Goldpreis zuletzt so stark angestiegen ist? Also die Realverzinsung spielt in der Tat eine große Rolle. Also die Verzinsung abzüglich der Inflationsrate, was den Goldpreis angeht, das konnten wir in den 70er Jahren sehen, als Gold in zwei Schüben stieg. Und auch eben ab 2001 bereits übrigens, nicht erst seit Kürzen. Und das ist ganz klar, Gold ist der Gegenspieler sozusagen der Währung und es kann weder bankrott gehen, noch eben durch Inflation an Wert verlieren. Und es gewinnt immer dann typischerweise, zumindest seitdem der Preis eben freigegeben wurde, wenn die Verzinsung zu niedrig ist. Das ist in meinen Augen sicher einer der Hauptgründe dafür, dass der Goldpreis gestiegen ist, seit 2001 und eben zuletzt wieder. Welche Rolle, Herr Speck, spielen denn die Notenbanken bei dieser Entwicklung? Ich meine, die kaufen ja wieder kräftig ein, nachdem sie mehr als 20 Jahre lang eher Nettoverkäufer waren. Was steckt dahinter? Also die Notenbanken, insbesondere die westlichen Notenbanken, haben ab seit 1993 etwa durch Verleihung und Verkäufe von Gold in der Tat den Goldpreis gedrückt, am Anstieg gehindert. Und diese Politik hat sich bereits seit 2001 geändert. Seitdem verkauften zwar die Notenbanken immer noch Gold in den ersten Jahren, haben aber die Verleihung zurückgefahren, sodass effektiv kein Gold mehr in den Markt kam. Und zuletzt sind die Notenbanken auf der Käuferseite gewesen in den vergangenen Jahren. Und aus Notenbank-Sicht ist es natürlich interessant, Gold zu halten. Das ist auch eigentlich die traditionelle Reservewährung gewesen über viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, weil man eben unabhängig ist von einem Staat. Wenn die Reserve in Dollar geht, dann kann eben die USA beschließen, den Dollar abzuwerten oder inflationieren zu lassen. Sie sind sowieso sehr stark im Ausland verschuldet. Die Amerikaner, das würde das Inland relativ wenig betreffen. Und sie können im krassesten Fall, das war ja bei China jetzt sogar in der Diskussion, sagen, wir kassieren die Währungsreserven ein. Ja, und dieses Risiko geht eine Notenbank eben aus dem Weg, wenn sie eben in Gold ihre Reserve hält. Herr Feig, ich nötige Ihnen jetzt ein Statement, aber als Aktienfan, ich weiß das. Aber Sie müssen jetzt ran. Was sagt denn ein Aktienfan zum Gold? Ja, ich sehe natürlich die Funktion von Gold als sicheren Hafen und das insbesondere in der Welt, in dem auch die Stabilität der Währung oder der nominalen Welt hinterfragt wird. Aber es ist halt schwierig, Gold zu bewerten, weil es keinen Ertrag erwirtschaftet. Gold ist bei 1.000 Dollar die Unse genauso ewig wie bei 5.000. Insofern sehe ich die Funktion als Notkurschen in der Asset Allocation erkennbar. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, Gold in Dollar zu messen, weil wie Herr Speck schon gesagt hat, Gold ist der Gegenspieler des Dollars oder Gegenspieler der Währung, sondern man muss Gold in anderen Einheiten messen. Ja, ich sehe die Notkurschen-Funktion, aber ich selber bin ja auf der Sachwerteseite. Ich präferiere Sachwerte, aber eben Sachwerte, die auch einen Ertrag idealerweise erwirtschaften. Und da sind wir bei Unternehmen, die gut aufgestellt sind in dieser Welt. Man kann ja Gold, und das tun ja einige in Maßanzügen oder in einer Tunika bewerten. Und dann kommt man auch auf ziemlich ähnliche Ergebnisse seit Tausenden von Jahren. Wäre auch eine Möglichkeit, um Euro-Dollar zu umgehen, Herr Veith. Aber wir wollen über Aktien jetzt mit Ihnen natürlich reden. Die Vereinigten Staaten, die haben immer noch sehr, sehr stark mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Das sehen wir tagtäglich auch angesichts der Zahlen. In Europa schwappt die zweite Welle quer durch. Wir sehen besorgniserregende Zahlen, vor allen Dingen aus Spanien, auch aus Frankreich. Und in Asien scheint das Schlimmste vorbei. Da scheint man auf dem Wachstumspfad zu sein. Wir sehen auch immer wieder aus China Zahlen, wenn neue Fälle sind, dann wird mit aller Gewalt, mit aller Macht jedweder Ausbruch einer etwaigen neuen Epidemie und Pandemie vermieden. Was hat das für Folgen oder hat das überhaupt Folgen, diese unterschiedliche Entwicklung an den Corona-Fronten für die Ausrichtung eines internationalen Portfolios? Ja, ich meine, wenn man die Bewertung der Aktienmärkte anschaut und die Entwicklung der letzten Wochen und Monate, dann muss man sagen, das war schon unglaublich fest für das, was fundamental abläuft. Die Märkte haben das sehr schnell realisiert im Downturn, aber haben dann auch sehr schnell umgestellt. Man kann schon sagen, dass das Bild im Moment schon das ist, dass man jetzt nicht von einer großen zweiten Welle, großer zweiter Lockdown ausgeht. Ich denke, wenn sowas kommt, dann werden die Aktienmärkte schon stark gefährdet. Wir wissen es alle nicht, was passiert, aber die Schwarmintelligenz, die ist ja häufig schon ganz gut und die Märkte sind extrem konfident, das muss man sagen. Und haben es eigentlich ein Stück weit schon abgehakt, dass eine große zweite Welle kommt. Und ansonsten ist natürlich diese starke Gegenbewegung schon den massiven fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen geschuldet, die, wie ich eingangs gesagt habe, auch erstmal ihren Zweck erreicht haben. Über die langfristigen Auswirkungen, Stichwort Zombifizierung und Ähnliches, kann man diskutieren. Aber aktuell betrachtet sind die Märkte positiv, weil auch natürlich ein Großteil der Unterstützungsmaßnahmen oder Rettungspakete, die im Moment in der Pipeline sind, die kommen erst noch an den Marken. Wenn das ein Umfeld trifft, das eh relativ resilient ist und man sieht, wie sich die Spieler anpassen an die aktuelle Situation, dann kann es auch zu einer Situation führen, wo vielleicht sogar ein Stück weit Öl ins Feuer gegossen wird. Was denn mit der Auswirkungen auf das inflationäre Umfeld? Also, Herr Fall, ich höre raus, dass Sie da durchaus grundsätzlich positiv gestimmt sind und auch eine Gleichgewichtung durchaus unterstützen würden. Herr Bender, gilt das so angesichts, und ich will nochmal zur Corona-Front zurückkommen, die ja unterschiedlich wütet in den Einzelnen und auf den einzelnen Kontinenten, gilt das so oder so ähnlich auch für den Fixed-Income-Bereich? Ja, also es ist so, dass Sie haben es ja auch beschrieben und ich sage es auch nochmal, die Zentralbank, nicht nur die FED, sondern weltweit auf die weltweite Corona-Pandemie reagiert haben. Die Zinsen sind deutlich nach unten gekommen auf historischen Niveaus, wo sie nie waren. Und auch wir gerade in Europa haben auch in den Mittelmeerländern keine auskömmlichen Zinsen mehr. Italien unter eins, Griechenland auf historischen Los. Und da ist es logisch für einen globalen Rentenmanager, dass er auch noch weiter zur Diversifizierung in die Welt hineinschaut. Und Asien wurde von ihm genannt, ist Asien weiter? Auf jeden Fall können wir sagen, dass Asien einige Erfahrungen mehr hat, aus der Geschichte heraus mit pandemieähnlichen Zuständen umzugehen und sehr resolut und konsequent auch jetzt probiert, diese Sachen gar nicht erst aufkamen zu lassen, sondern im Kahn zu ersticken. Ich denke, dieser Ansatz ist im Augenblick, so wie wir ihn beobachten können, sehr richtig. Und des Weiteren ist es so, dass es in Asien Volkswirtschaften gibt, die ähnlich oder gleiche Länder-Ratings haben, wie wir in Europa, aber trotzdem Renditeaufschläge bieten und Investitionsmöglichkeiten. Und zugleich auch natürlich, jetzt mal abgesehen von der globalen Pandemiesituation, auch ganz andere Wachstums-Stories mit sich bringen. Und das werden wir uns im Laufe dieses Talks noch genauer angucken. Achtung, also Cliffhanger. Normalerweise, wenn wir jetzt beim Fernsehen, werden wir jetzt eine Werbung kommen, weil wir nämlich neugierig sind, wenn da welche asiatischen Länder Sie da bevorzugen. Aber das machen wir dann in der Tat später. Wir wollen nämlich an dieser Stelle noch ein bisschen bei Aktien bleiben. Und Herrn Veith, erzählen Sie uns mehr, Herr Veith. Wann kaufen Sie eine Aktie? Wann lassen Sie lieber die Finger davon? Ich denke, es gibt zwei große Risiken, wie man mit Aktien im Moment Geld verliert. Das Erste ist, wenn man in Unternehmen investiert, die technologisch ins Hintertreffen geraten, Stichwort Disruption, Stichwort technologischer Wandel, der im Moment sehr stark ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn ein Unternehmen zum falschen Zeitpunkt Geld benötigt. Das heißt, in der Krise beispielsweise zu hoch gelevert, in die Krise geht unten, eine Kapitalerhöhung machen muss und dann wird man als Anleger eben auf dem Tiefpunkt verwässert, so wie es beispielsweise bei den Banken der Fall war nach der Finanzkrise 2008, 2009. Im Gegenzug, ich habe es gerade schon gehört, technologischer Wandel ist sehr stark. Ich fokussiere mich mit meinen Investments in erster Linie auf Gewinner des technologischen Wandels. Das muss nicht immer der Technologiesektor sein. Ich halte eh diese Unterteilung langsam für überfällig oder für müßig. Technologiesektor, was ist Technologiesektor? Eigentlich ist alles zwischenzeitlich Technologie, weil der technologische Wandel praktisch in alle Branchen einwirkt oder Ausfluss hat, Auswirkungen hat auf alle Branchen. Für den Hintergrund Fokus auf Gewinner des technologischen Wandels, auf Qualitätsunternehmen, auf extrem gutes Management. Sehr gutes Management ist sicherlich wichtig, weil eben das Umfeld sehr fluide ist, sodass sich das Management eben auch sehr stark anpassen muss an sich verändernde Rahmenbedingungen. Was ich nicht habe ist, und was im Moment eben viele haben, ist dieser Fokus nur auf defensive Titel, die eben kein zyklisches Exposure haben. Und in diesem Downturn, den wir jetzt sehen, eben nicht stark von den Erträgen her unter die Rädern kommen. Ich sehe das anders. Ich finde, die aktuelle Krise hat für gute Unternehmen beinhaltet es auch eine Chance. Also ein zyklisches Unternehmen, das jetzt beispielsweise unter Druck kommt, einfach weil es eben dieser zyklischen Entwicklung nicht ausweichen kann, kann es trotzdem ein Vorteil sein, wenn es durchinvestiert, wenn es Marktanteile gewinnt, wenn Konkurrenten beispielsweise extrem stark einsparen müssen, dann kann es aggressiv in Wachstum investieren. Und ich sehe das auch, das machen auch gute Unternehmen. Insofern von der Portfolio-Positionierung, es ist einerseits Investments in diesen strukturellen Qualitätswerten, auch einerseits, aber da ist es schwierig, weil die Bewertungen häufig sehr stark ausgelaufen sind. Viele Opportunitäten gibt es in dem eben genannten Feld von eher zyklischen Unternehmen, die im Moment leiden in dem Umfeld, aber die so gut aufgestellt sind, dass sie stark aus der Krise herausgehen. Und dann gibt es natürlich noch das dritte Feld, der Disruptoren, insbesondere im Technologiebereich natürlich. Und da muss man es eben im Einzelfall anschauen. Da gibt es sicherlich sehr hohe Bewertungen. In den USA ist da auch einiges gehypt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben eben disruptive Bewegungen. Und da drauf zu schauen und auf die Gewinner solcher Entwicklungen sich zu fokussieren, hat eben auch seinen Reiz. Was ich noch anfügen möchte, wenn man den Technologiesektor eben nur reduziert auf die großen Titel, auf die GAFAs, ich glaube, dann schießt es viel zu kurz. Über die letzten Quartale, über die letzten Jahre eigentlich schon, weil diese Titel auch so groß geworden sind, haben eben auch viel Geld von klassischen Indexinvestoren und Ähnliches angezogen. Ich denke, da ist viel Indexgeld, viel Momentumgeld drin. Und wenn man die Bewertungen anschaut, das ist jetzt nicht außer der Welt, aber vielleicht werden schon im Moment die Wachstumschancen eben gesehen von Investoren. Die Regulierungsrisiken werden eher ein Stück weit ausgeblendet. Herr Speck, da möchte ich Sie ganz kurz reinholen in dieses Aktienthema hinein. Wir haben jetzt gerade von Disruptoren gehört, von Tech. Wir sehen immer wieder auch die Unterscheidung zwischen Value und Growth. und Sie haben eingangs, wenn ich mich richtig erinnere, einen Comeback von Value erwartet. Was spricht für Value in dieser Phase, wo doch eigentlich Value die Verlierertypen quasi der letzten Jahre waren? Vielleicht genau deshalb? Also wir haben hier eine ganz klare Analogie in meinen Augen mit der Endphase des vorherigen. Ich sage jetzt trotzdem, obwohl der Begriff sicherlich Schwächen aufweist, Technologie heizt. Das war im Jahr 2000. Damals gab es auch sehr hohe fundamentale Bewertungen und sehr starke prozentuale Anstiege, einiger weniger Technologietitel. Ähnliches hatten wir eben jetzt in den vergangenen Monaten und zwei, drei Jahren und teilweise sogar länger eben auch. Und damals ging auch Value zurück und konnte sich dann massiv erholen im Zuge des Nasdaq-Kursrückgangs, relativ zu den Nasdaq-Werten. Und Ähnliches sehe ich jetzt wiederkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Werte, Sie kennen alle die Namen Tesla und so weiter, irgendwie hier fundamental in die aktuelle Marktkapitalisierung hineinwachsen können. Andere Werte wiederum, Value-Werte oder auch Rohstoffwerte sind fundamental exzellent bewertet. Und ich denke, hier wird es einfach ein Aufholen geben. Das ist hier in meinen Augen ziemlich genau am Ende dieses Technologie- oder Momentum-Zyklus. Wir wollen hier neue Ideen auch liefern, Herr Veith. Da müssen Sie uns jetzt helfen, denn mutmaßlich sind die Themen Cloud oder KI oder auch Blockchain schon längst abgefrühstückt. Wo sehen Sie denn nun das nächste große Ding, vielleicht die nächste Amazon? Ja, ich bin jetzt kein Themen-Investor in dem Sinn, würde ich sagen, würde ich sehe jetzt dieses Thema und dann kauft man sich einen ganzen Basket von Unternehmen, um dieses Thema, von dem Thema zu profitieren. Ganz im Gegenteil, ich gehe sehr unternehmensspezifisch vor und schauen wir das Einzelunternehmen an, schauen wir die Managementstrukturen auch an, schauen wir die Strategie an. Aber man muss natürlich sagen, ich sehe schon Opportunitäten in den genannten Bereichen. Klar, künstliche Intelligenz, das wird so eine Wierschnittstechnologie werden, die eben verschiedenste Bereiche erfasst. Sie haben Cloud genannt. Natürlich gibt es x verschiedene Cloud-Business-Modelle, in erster Linie Firmen aus USA, die eine Berechtigung haben. Und der Optimismus für die Investoren ist ja schon sehr hoch. Und ich gebe dem Herrn Speck recht, da wird es sicherlich auch viel Ausschuss geben und Unternehmen, die sich nicht durchsetzen werden, wo die Vorschusslobe ja nicht erwirtschaften können. Aber es wird auch andere geben, die wahrscheinlich viel größer werden als wir glauben. Da muss man jetzt beispielsweise den ganzen, wenn man den Technologiesektor anschaut, muss man auch trennen. Auf der einen Seite gibt es eben den ganzen Halbleiterbereich, auf der anderen Seite Softwareunternehmen, Cloudunternehmen und der ganze Komplex E-Commerce. Das alles in einen Topf zu werfen, das wäre eine arge Vereinfachung. Ich finde auf der Halbleiterseite ist es schon interessant, das ist eigentlich Maschinenbau, viel vom Equipment mit sehr hohen Markteintrittsbarrieren. Der Markt wächst strukturell. Da gibt es etliche Unternehmen, die haben in ihrem Bereich, beispielsweise im Equipment-Bereich für Halbleiter, Produktion extrem hohen Marktanteil, Markteintrittsbarrieren, sehr hohe Profitabilität. Die sind sehr zyklisch, die können dem Zyklus nicht ausweichen, aber über den Zyklus hinweg wirtschaften die hohe Werte. Das sind interessante Bereiche, die auch nicht unbedingt, die stehen auch nicht in der Wirtschaftszeitung auf der ersten Seite, die kennt nicht jeder, sind klassische Hidden Champions. Dann erzählen Sie uns doch, welche Werte Sie meinen, oder springt Ihnen und uns Compliance dann aufs Dach, wenn Sie das tun? Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich kann jetzt über Einzelwerte, in die wir investieren, kann ich leider nicht sagen. Aber ich habe ja schon die Bereiche genannt, so eine Halbleiter Equipment, finde ich ganz interessant. Da gibt es auch wirklich gut geführte Unternehmen, so im disruptiven Bereich. Wir schauen immer E-Commerce auf die großen Player. Es gibt aber Bereiche, wo wir im E-Commerce noch ganz am Anfang sind. Schauen Sie sich den Lebensmittel-Einzelhandel an beispielsweise. Wir gehen auch genauso in Deutschland in den Supermarkt wie vor 20 Jahren. In China oder auch in England ist das schon ganz anders. Und man sieht hier im Moment, nachdem Amazon auch rein investiert hat in den Bereich, man sieht schon extrem viel Bewegung. Und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Und ein zweiter Bereich, was glaube ich auch ganz interessant ist, ist einfach Prozestechnik, die über Jahre hinweg gereifelt ist. Da gibt es auch im Feinchemie-Segment oder bei Industriewerten viele Titel, die vergleichsweise hohe Markteintrittsbarrieren haben, wo auch nicht plötzlich jemand kommen kann, der eine Milliarde investiert. Und er hat am nächsten Tag das gleiche Produkt, wo man nicht mit Geld schnelle Veränderungen herbeirufen kann, sondern wo es einfach die jahrelange Erfahrung, Kundenbeziehungen und Ähnliches braucht. Insofern, als Wachstumsinvestor muss man nicht nur in diesen gehypten Themen unterwegs sein. Ganz im Leben, so bin ich auch aufgestellt. Ich schaue mir sehr viel an, bin sehr breit aufgestellt und gehe dann in einzelne Bereiche. Einige davon habe ich ja angedeutet. Und ich würde sagen, wer mehr wissen will, der soll sich einfach anrufen oder vielleicht in den nächsten Monaten immer mal wieder ins Factsheet reinkommen. Denn da müssen ja auch große Einzeltitel dann enthalten sein. Und dann wissen wir sicherlich spätestens da auch mehr. Herr Bender, Sie haben jetzt im Moment gewartet. Das war der berühmte Cliffhanger. Wir waren bei den asiatischen Themen, bei strategischen Themen, wo sie jetzt noch fündig wären, wo es noch Rendite gibt, stehen geblieben. Und genau da wollen wir ansetzen. Vielleicht zunächst mal bei den strategischen Themen. Zum Beispiel Kosten für Währungs-Hedges. Die könnten ja sinken wegen der Annäherung der Zinsen zweier Währungsräume. Sehen Sie aktuell so ein Thema? Ja, das größte Thema in dem von Ihnen angesprochenen Bereich Zinsdifferenzen ist sicher das, was dieses Jahr im Euro-Dollar passiert ist. Wir sind vor einiger Zeit noch dreistellig bei den Sicherungskosten gewesen, die sich aus der Zinsdifferenz ergeben haben und sind jetzt bei unter 100 Basispunkten für ein Jahr Sicherung. Das ist speziell sehr interessant für Investoren, die Dollar-denominierte Assets kaufen möchten, aber keine offene Fremdwährungsquote haben möchten. Die können das weghedgen und haben deutlich geringere Sicherungskosten und viele Assets machen dann auch wieder mehr Sinn für Leute, die gehedged sein müssen. Dahinter steht aber auch dieses Jahr eine 5-prozentige Aufwertung des Euros. Das ist ein großer Trend. Auch natürlich sehr stark unterstützt durch die Zinsdifferenzen und Entschuldigung. Der Klassiker, würde ich sagen. Das sind mindestens 5 Euro in die Kasse, Herr Bender. Oder ein Bierchen für uns alle zusammen, die hier bei Frau und Tieg zusammensitzen. Damit müssen Sie jetzt leben. Das mache ich sehr gerne. Es tut mir leid nochmal an die Zuhörer. Wo sind wir stehen geblieben? Bei dem großen Thema Währungs-Hedge. Genau. Die letzten Jahre, wo wir uns einfach darauf eingestellt haben, dass der Euro eine schwache Währung ist und bleibt und eventuell noch schwächer wird, die müssen jetzt neu beleuchtet werden, weil diese Unterstützung von der Zinsdifferenz nicht mehr da ist. Spread-Produkte in Dollar jetzt währungssichern ist viel, viel attraktiver geworden. Das sind auch Sachen, die ich im Hansa International zum Beispiel durchaus vornehme durch die aktivere Steuerung von Währungsquoten. Aktuell sehen wir den Dollar immer noch etwas fragil. Wir sind aktuell auf der 50-Tage-Linie. Wenn es sich darüber einpindelt, dann loten wir wahrscheinlich auch nochmal das Jahres-High respektive Low in Euro-Dollar aus. Hier muss man halt einfach vorsichtig sein. Wir sind es auch. Nichtsdestotrotz ist der US-Dollar noch der liquideste und auch interessanteste Fixed-Income-Markt weltweit. Über Währung haben wir gesprochen. Und dann ist es halt auch so, dass man immer noch in Dollar behaftete Assets weltweit kaufen kann. Großes Segment ist ja der Hard-Währungs-Emerging-Markt-Bereich, wo wir auch wieder bei Asien sind, und auch der Corporate-Credit-Bereich. Diese Segmente können jetzt aus der Euro-Sicht viel, viel günstiger gekauft werden. Aber doch bei Asien, da haben Sie jetzt schon mehrfach erwähnt. Jetzt wollen wir auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht länger auf die Wolke spannen. Denn ich habe natürlich auch in Ihre Kommentare reingeschaut und war sehr überrascht, da die Philippinen zu finden. Und ich glaube, eine in Euro-denominierte Anleihe. Warum ist der Inselstaat gerade so spannend, Herr Wendler? Ja, der ist so spannend wie auch andere asiatische Länder, weil sie a, in Euro Papiere imitiert haben und b, wenn man sich das Rating anschaut, zum Beispiel von Philippinen, ist es so, es ist Triple B. Wenn wir uns jetzt ein europäisches Land mit Triple B anschauen, nehmen wir mal als Beispiel Italien, ist auch Triple B, ist alles zugesagt worden, dann schauen wir uns den siebenjährigen Bereich der Kurve an, dann sind wir da unter 40 Basispunkten, die man für Italien vereinnahmen kann, wenn man dort in eine Staatsanleihe investiert. Und bei den Philippinen sind es halt etwas über 80 Basispunkte. Also wenn man sich jetzt einfach nur mal diese relative Bewertung anschaut, dann erkennt man sehr schnell die Attraktivität von so einem Land. Gleiches Rating, also ganz vereinfacht jetzt mal dargestellt und eine doppelte Rendite. Das macht es so interessant. Des Weiteren Länder, die in Euro Papiere emittiert haben, sind China und Indonesien. Was haben all diese Länder gemeinsam? Sie haben große Bevölkerung, sie haben junge Bevölkerung und sie haben in der Regel, also Ex-Pandemie, hervorragende Wachstumszahlen. Und das macht es interessant, einfach für den globalen Manager mit Investment Guidelines, wie ich sie habe, mal raus aus den klassischen Ländern zu diversifizieren und das Portfolio somit auch schwankungsunanfälliger zu machen. Ist dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen doch zu exotisch, gerade mit den Philippinen. Gibt es ja doch einen Präsidenten dort, der, um es ganz diplomatisch zu sagen, etwas anders als die anderen sind. Aber sei es drum. Gibt es ein Stück weit etwas konservativeres, was wir vielleicht auch nicht jeden Tag auf dem Speisezettel ganz oben haben, Herr Wender? Ja, danke für die Frage. Konservativ, dann will ich mich mal so der Sache annähern. Wir haben auch sehr interessante Märkte in Europa vor der eigenen Haustür. Ich baue sukzessive meine Investments in Skandinavien aus. Angefangen mit dem direkten Nachbarn Dänemark. Hier gibt es einen sehr interessanten Pfandbriefmarkt mit Call-Möglichkeiten für die Schuldner. Die Spreads sind ordentlich. Das Rating ist Bestnote, dreifach A. Das ist ein Segment, was ich stärker gewichtet habe im letzten Jahr und auch bei Opportunitäten weiter ausbauen möchte. Des Weiteren Schweden und Norwegen. Schweden, wer sich die Währungsverläufe anschaut, das war ein Jahr des Euros bis jetzt. Eine Währung konnte noch besser aufwerten als der Euro dieses Jahr. Das war die Schweden-Krone. Ähnliche Zinssituation. Aber ab und zu gelingt es hier mal, ein Spreadprodukt mit überschaubarem Risiko und eine Überrendite zum Euro auch zu finden und dann auch im Fonds zu legen. Und last but not least, Norwegen ist schwer unter die Räder gekommen durch die Ölsituation. Wir hatten ja nicht nur eine Pandemiesituation, sondern auch eine Ölsituation dieses Jahr. Die Währung hat über 12 Prozent im High an Wert verloren. Das pendelt sich jetzt langsam wieder ein. Norwegen ist ein Land, wo es kaum Staatsschulden gibt. Und die Schuldentragfähigkeit dieser Nation ist enorm. Und vielleicht ist das ein gutes Beispiel dafür, auch in einem konservativen Land mit einer gelebten Demokratie kaum Staatsschulden, Geld anzuvertrauen. Insgesamt machen diese skandinavischen Investments jetzt schon über 6 Prozent im Fonds aus. Ander Ansatz. Asien auf der einen, Skandinavien auf der anderen Seite. Skandinavien als eher konservativer Anlage. Raum, Herr Speck, konservativ ist für viele auch Gold. Und damit kommen wir zu Ihrem Spezialthema zurück. Wir haben einige fundamentale Gründe, die für Gold sprechen, genannt. Aber Sie haben ein spezielles Steckenpferd, nämlich die Saisonalität von Gold. Und die untersuchen Sie seit vielen, vielen Jahren. Mit welchen Erkenntnissen, Herr Speck? Also, ich untersuche Saisonalitäten nicht nur für Gold, sondern auch für den Aktienmarkt, für Einzelaktien, für Rohstoffe. Bei Gold ist es so, dass der Markt typischerweise ab Mitte des Jahres saisonal steigt, bis Ende Februar. Der Grund wird hier hauptsächlich in der Schmuckverarbeitung vermutet. Das heißt, Weihnachtsgeschäft, Hochzeitssaison in Indien, Frühjahrsfest in China, dass hier einfach höhere Anschaffungen sind. Was ich in dem Kontext besonders interessant finde, ist, dass Silber, das sehr stark mit Gold korreliert, eine andere Saisonalität aufweist, die sehr fest im Januar, Februar. Ähnliches sehen wir bei Platin und Palladium. Das liegt wohl daran, dass das eher industrielle Materialien sind, die eben von der Industrie nachgefragt werden. Und die Industrie hat nach dem Jahreswechsel die Bücher offen und auch die Jahresplanung fertig. Und das wirkt sich dann auch auf die Rohstoffaktien zum Teil aus, die oft auch eben im Januar, Februar saisonal sehr stark steigen. Oft der gesamte Jahresgewinn tritt in diesen beiden Monaten auf. Ja, und Sie haben dabei, Herr Speck, wenn ich das so sagen darf, ich habe da noch mal reingeguckt, auch ein recht merkwürdiges Verhalten der Goldanleger von Montag bis Donnerstag festgestellt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das wirklich ernst gemeint? Ja, natürlich. Also erst mal, was Sie meinen, ist folgender Sachverhalt. Ich habe untersucht, die Tagesbewegung von verschiedenen Anlagen, zum Beispiel vom S&P oder auch vom Euro oder auch vom Gold, wie die seit dem Jahr 2000 sich verhalten haben. Und interessanterweise war es beim S&P so, dass der Anstieg vom Montag auf Dienstag über die gesamte Periode den gesamten Markt geschlagen hat. Oder in der Größenordnung war zumindest. Und dieser Anstieg vom Montag auf Dienstag, der hängt sicher mit dem Wochenende zusammen. Es war sogar so, dass 2008 in der Finanzkrise und auch jetzt in der Corona-Krise ein Investor, der die Aktien im S&P vom Montag bis Dienstag Schluss gehalten hat, Kursgewinne aufweisen konnte, obwohl der Markt ja massiv eingebrochen ist. Und der S&P fällt am Freitag vermutlich einfach im Vorfeld sozusagen der Bedrohungslage übers Wochenende, weil über diese zwei Tage einfach sehr viel Negatives kommen kann. Und dann gehen die Anleger raus. Und bei Gold ist es genau umgekehrt. Gold steigt massiv am Freitag. Fast die gesamte Performance des Goldes findet am Freitag statt, Montag bis Donnerstag nicht. Und das ist sozusagen das Gegenstück zum S&P, würde ich sagen. Für den Anleger bedeutet das, selbst für den Goldanlegern im Speziellen einfach bis Donnerstag zu kaufen. Herr Steck, wir wollen nicht nur über Gold sprechen, sondern insgesamt über Edelmetalle, weil das war auch so angekündigt. Gleichwohl konzentriert sich natürlich vieles auf das Gold. Aber ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne zumindest Silber, haben Sie eben auch schon kurz getan, Platin und Palladium angesprochen zu haben. Können wir abendfüllend diskutieren. Dafür wird die Zeit nicht ganz reichen. Wie bewerten Sie denn jetzt die Brüder und Schwestern des Goldes? Also die sind natürlich stärker Verbrauchsmaterialien, teilweise aber auch Anlagemetalle. Gold steigt eben typischerweise im Wettbewerb zu den Währungen, deswegen der Zusammenhang zum negativen Realzins. Bei Silber kommt das Industrielle hinzu. Wenn wir aber eine Edelmetallfonds haben, wie wir es zum Beispiel 2011 hatten oder auch in den 70er Jahren wiederholt oder auch nach 2000, wenn die Anleger dann in alle Edelmetalle gehen, steigt Silber prozentual stärker, weil es viel geringere Bestände gibt, aus denen heraus Silber abverkauft werden kann. Das ist also bei Gold ein sehr hoher Bestand in Trisoren an Barren und Münzen als bei Silber. Also Silber holt dann typischerweise prozentual auf. Was die übrigen Rohstoffe angeht, da zähle ich dann Platin und Palladium zum Teil hinzu. Haben wir natürlich andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also hier sehe ich, ich habe es ja auch schon angesprochen, dass wir in den kommenden Jahren, das zeichnet sich insbesondere in den USA ab, eher fiskalpolitische Maßnahmen sehen, ein sehr hohes Staatsdefizit, eine stark wachsende Geldmenge und das könnte zum Beispiel im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres, also 2021, schon zu einer steigenden Inflation führen und dann würden auch diese Verbrauchsrohstoffe meines Erachtens anziehen. Das wäre also eher ein inflationäre Szenario. Da muss man schon differenzieren dann zwischen diesen verschiedenen Rohstoffarten. Und damit sind wir schon beim Blick nach vorn angekommen, meine Herren. Hier vielleicht zunächst auf das vierte Quartal, während Herr Speck schon im Jahr 2021 war. Da haben wir jetzt in den kommenden Wochen, Herr Bender, mit der Endphase des US-Wahlkampfes zu leben und sehen da, wenn man all die Dinge, die da gerade passieren, einen echten Blockbuster, also Hollywood könnte sich das nicht besser ausdenken. Sind Sie da jetzt nur interessierter privater Zuschauer, Herr Bender, oder muss sich der Fondsmanager Christian Bender möglicherweise neu positionieren? Ja, also definitiv einflussend mich das beruflich als Fondsmanager sehr stark. 40 % Dollar, um und bei, habe ich schon erwähnt, ist im Augenblick die Allokation im Fonds. Da muss man genau hinschauen, was passiert. Ich hatte auch schon vorher gesagt, dass für mich die FED sich sehr gut verhalten hat und auf der Zinsseite für Ruhe gesorgt hat. Sie sagten es ja auch, über mehrere Jahre den Zins quasi festgeschrieben hat. Also, was könnte der Katalysator sein? Für mich ist es, man muss ganz genau auf den Dollar schauen. Realzinsargument, Leistungsbilanzdefizite und auch Rückgang ausländischer Investoren, das sehe ich jetzt nicht so, aber vielleicht eine abnehmende Produktivität durch die globale Covid-Situation könnten auf den Dollar lasten. Und wir haben ja auch am aktuellen Rand in den Medien mitbekommen, dass es ein enorm großes Hilfspaket gibt, wo dran geschnürt wird. Und egal, wer Präsident wird, muss ein Hilfspaket für die USA verabschieden mit dem Senat. Und das heißt, die Verschuldung wird dadurch noch größer. Ich glaube, auf den Dollar muss man ganz genau schauen und muss auch aktiv Währungsmanagement machen. Das mache ich in der Vergangenheit und das werde ich wohl auch im vierten Quartal weitermachen müssen. Donald Trump brüstet sich jedenfalls gern als ein Mann der Wall Street und mit den kräftigen Steuersenkungen hat er auch eine ganze Menge dafür getan, zumindest auch für steigende Unternehmensgewinne, Herr Veith. Und der Dow Jones, der steht bei um die 29.000 Punkte aktuell in dieser Woche und ist da seines Allzeithochs. Aber, aber frisst das Corona-Desaster und das Durcheinander der letzten Wochen diesen Bonus, den er sich daher ganz offensichtlich erarbeitet hat, wieder auf? Es ist in der Tat schwierig abzusehen, wie die Wahl, welche Auswirkungen die Wahl auf die Aktienmärkte haben wird. Wie Sie sagten, Donald Trump hat eben die Steuern gesenkt und das hat auch eben sehr positiv gewirkt. Auf der anderen Seite ist natürlich das ganze internationale Gepolterer nicht unbedingt zuträglich und der Handelsstreit wird. China, USA, der bleibt uns erhalten. Ich denke, egal wer Präsident wird, das ist ein überlegenes Thema. Allerdings sind die Risiken unterschiedlich. Wenn Trump so weitermacht, haben wir eben die Klarheit auf der steuerlichen Seite. Erstmal aber internationale Unsicherheit. Wenn jetzt Biden gewinnen wird, dann kommen sicherlich so Themen wie Regulierung und das betrifft dann eben auch die großen Tech-Werte, kommen und stärker im Fokus Steuernhöhen insgesamt. Aber vielleicht wird der Dialog auf der internationalen Seite etwas gemäßigter und auch berechenbarer. Ein Stück weit was positiv wäre. Insofern schwer abzuwägen. Ich denke, was wir brauchen insgesamt, ist eben ein Stück weit Stabilität und Brechenbarkeit. Egal wer Präsident wird, das wäre auf jeden Fall zuträglich. Und dann brauchen wir eben weiterhin die Innovationskraft der Unternehmen. Sonst sind die aktuellen Niveaus der Aktienmarkte schwer zu halten. Aber ich bin, muss ich sagen, ehrlich gesagt zuversichtlich, dass wir einen starken Produktivitätsschub getrieben durch technologische Veränderungen bekommen werden in den nächsten Jahren. Meine Herren, ich habe heute Morgen in der Keynote Kai Diekmann abschließend gefragt, wenn wir jetzt zusammen ins Jahr 2030 reisen könnten und auf das Jahr 2020, auf dieses wirklich verrückte Jahr, nicht nur aus börslicher Hinsicht, fast surreal wird es ja oft bezeichnet, auch angesichts der Diskussionen, die wir politisch führen. Nicht nur, wir kommen gerade aus den USA thematisch, nicht nur dort, sondern natürlich auch in Europa oder hier in Deutschland. Ich erinnere nur gerade an das aktuelle Beherbergungsverbot, was ja in der Tat sehr stark diskutiert wird. Wenn wir also jetzt ins Jahr 2030 reisen, wie würden wir auf dieses Jahr zurückschauen? Und vielleicht fangen wir mit Ihnen direkt an, Herr Speck. Was würden Sie dazu sagen? Also ich vermute, wenn meine These stimmt, dass wir in einer Art Wendesituation sind, wie es 2008 der Fall war, so ist, dass wir eben jetzt mehr in die Regulationierung gehen werden, also steigende Inflation und auch ein Wechsel des Anlageumfeldes eben weg vom Momentum hin zu Value und Ruhstoffen. Das ist meine These. Wenn man es langfristig sieht, wenn man das Jahr selbst ansieht, ist natürlich die Wahl zum einen und der Corona-Crash, sage ich mal, am Aktienmarkt zum anderen entscheidend. Aber das ist vielleicht 2030 dann im Rückblick sozusagen eine kleine Korrektur. Ich glaube eher, dass wir eine größere Zeitenwende sehen werden hin zur Reflationierung mit entsprechend anderen Favoriten im Aktienmarkt und bei den Rohstoffen. Herr Feig, wie sehen Sie das Jahr 2020 in zehn Jahren? Ich denke auch, es ist eine Zäsur. Ich bin da im gleichen Camp, dass wahrscheinlich das Jahr 2020 schon eine Zäsur darstellt, hinsichtlich Finanzielle Repression, Regulierung und auch erhöhter Inflationsdruck. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man im Inflationscamp ist, im Sachwertecamp, dann ist es wahrscheinlich im Jahr 2030, rückblickend 2020 ein gutes Einstiegsjahr. Was ich nicht unterschätzen würde, wäre wie gesagt auch die Veränderungen auf der technologischen Seite, die wirklich weitreichende Auswirkungen haben. Insofern kann ich mit dieser Unterscheidung Value Growth nicht viel anfangen. Ich finde es zu holzschnittartig. Ich denke, es wird betrieben durch den technologischen Mantel viele Gewinner, aber auch viele Verlierer geben. Und dann können wir abschließend auch noch auf Christian Bender schauen und seine, ja was ist das eigentlich, klingt fast paradox, rückblickende Prognose? Wie nennen wir es? Ich weiß es nicht, Herr Bender. Klären Sie uns auf. Ja, rückblickende Prognose, das nehme ich mal so an. Ich denke, in zehn Jahren wird man 2020 oder würde ich 2020 als Jahr sehen, wo weltweit das erste Mal gemeinsam an einem Wirkstoff geforscht wird. Das finde ich sehr positiv, obwohl der Grund ein sehr betrüblicher ist. Man akzeptiert Schulden. Ich komme ja von der Fixed-Income-Seite. Das erste Mal in Europa, um Generationen zu helfen, ist auch ein positives Signal. Wir haben auch das erste Mal in der Erstarkung des Euro seit Langem wieder gesehen und auch ein bisschen Gesundheitssysteme setzen sich durch. Alles so Themen, die jetzt gar nicht direkt was mit dem Fixed-Income-Bereich zu tun haben, aber indirekt, denn sie müssen auch finanziert werden. Und wahrscheinlich auch das Jahr, wo man sagen kann, wir haben ja viel über die USA gesprochen, wo sich die USA halt auch, was den Geldmarkt angeht, für längere Zeit auf der Nulllinie jetzt eingependelt hat und von da aus halt Assets neu bewertet werden. Christian Bender, Heiko Veit und Dimitri Speck hier ziemlich exakt. Dreiviertelstunde mit neuen Ideen, mit Ideen, die auch ausführlicher erläutert wurden, sind zu den Themen Anleihenaktien und Edelmetalle hier speziell Gold. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auf der virtuellen Messe, hier auf der Fontique für uns da zu sein. Und wenn, ich habe es angedeutet, Fragen sind von unseren Zuschauern und Zuschauern, sie sind gut aufzufinden per Google und natürlich auch hier auf der Messe mit all den Daten und Fakten. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, wünsche Ihnen eine gute Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Vielen Dank, gleichfalls.